Wir machen jetzt eine Serie, die heißt Videostar und unser erster Videostar ist der Pure Rosé. Wir stehen da jetzt mitten im Waldacker. Das ist der Weingarten, in dem die Zweigeldtrauben für diesen Pure Rosé wachsen. Und wir probieren den jetzt erstmal. So, ich glaube Farbe, ich brauche nicht viel erzählen, das ist typischer Lachsrosatz. Riecht sehr duftig, also riecht sehr fruchtig-duftig, nach Erdbeeren, nach reifen Erdbeeren, nach Erdbeeren mit Sahne, vielleicht Sahneanteil auch. Beziehungsweise hat auch was frisches Grünes, so Limettenmäßiges, vielleicht Erdbeerrhabarber, aber hauptsächlich Erdbeeren, richtig schön fruchtig. Und geschmacklich ist er sehr lecker. Schmeckt also deutlich fruchtig, nach Erdbeeren, nach reifen Erdbeeren. Hat aber eben auch eine Frische und auch eine Spur, so eine grüne Frische auch dabei. Schmeckt sehr gut, ein bisschen süßlich. Und ich sage jetzt mal, bei dem Wetter mit zwei Eiswürfeln im Glas, ehrlich. Also diesen Wein gibt es jetzt bei Online-Bestellungen um 15% rabattiert, also zugreifend. Ja, ich möchte mich noch bedanken fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.